1, 2, 3 So Hast du eigentlich nen Bogen? Mh, nö Brauchst du einen? Mh, nö Ich mach dir einfach meinen Was, nö, warum nicht? Wir haben sogar keine Pfeile Ne, ich hab noch genug Pfeile Achso Oh, Redstone erschreckt mich doch nicht Es sieht aus wie Lava Nein, super Ähm Hier hat mir noch was für Ja gut Oh Mann, was sollen wir machen? Ich weiß nicht Tapfer sein Warten bis wir Zweiter sind Und dann einfach Und dann einfach Würdevoll sterben Oh ja, das wird ein Let's Play Was die Leute gerne angucken Auf jeden Fall Ach, boah, wie ein Spitzack Komm schon, Diamanten, bitte Ja, epische Höhle tut's auch, danke Ah, mit Creeper drinnen Ach, ich mach mal Brote Vor allem hab ich immer noch 27 Level wiedergekriegt Das ist ja geil Was ist das denn? Ist das ne Mine? Oder hat da einer sich Verewigt? What the fuck, nein! Nein, bitte nicht! Mein armer Hund! Hast du den Hund getötet? Nein, da sind zwei Creeper reingekommen Ich hab ne Mine gefunden Die gerade hier mit am Ausleuchten ist Was? Ehrlich? Ja, hier läuft einer Und tötet gerade Spinnen Ich hab Angst Verpiss dich Wo bist du? Ich sneaker, keine Sorge Ja, okay Ey, vielleicht Vielleicht Wer ist denn das? Ich weiß es nicht Ich höre nur, dass da einer ist Und das Es kann auch sein, dass das ein Lichtbug ist Weißt du? Das ist das Licht, der es gerade eben angegangen ist Weil das so ne Ja, und deswegen sterben die Spinnen Oder wat? Oh, oh Gott Ey, wenn hier Lave irgendwo ist Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Welchen Gang bist du überhaupt? Komm, da kommt man hier mit rein Hm Wo hab ich denn nochmal? Ich hab doch Ich hab Angst Ich hab Angst Ich komm da auch nicht hoch, weißt du? Ich seh aber auch keinen Namen Oh, ich trau mich nicht Willst du mitkommen? Ja, von mir aus Muss ich nur sagen, wo du bist Warte, ich komm Beziehungsweise Rechts neben den Kisten Ist da so ein Gang, ne? Achso Da rein, die erste links Da rein, die erste links Neben den Kisten Ja, genau Neben den Kisten, der gegangen Ach da Ja, ja gut Da drin die erste links Dann weiter bis das rechts Äh Jo, warte Ich mach das Ding Frustig aber mal zu Ich weiß nicht, ob da einer ist Oder nicht Oh, wenn wir eine Kiste finden würden Wo vielleicht sogar Leder drin ist An einem Spawner Das wär episch So, hier ist Gold Da ist Lapis Ich seh deinen Namen, glaub ich Hoffe ich Ich hoffe es ist Ich seh deinen Namen Ja, ja ich seh dich Komm mal Du siehst mich? Ja, ich seh dich Optifun FTV Ah Bam, bam Ah, okay Bam, 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 bam Brains 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 Nee Neh Gibt voll die epische Höhle, aber Ich glaub da ist einer Ja, aber kein gesehen Aber die eine Fackel, die sitzt so verdächtig Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist sehr verdächtig, du Die hab ich gesetzt Hörst du, was hier abgeht? Knack, knack, von spinnen Könnt auch Das hört sich eher an, als ob die irgendwo runterfallen Könnt auch Was? Ich hab mich verdrückt Keine Panik Weil ich glaub, hier ist keiner mehr Ist nur Ah, 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 ah Hier hast du die Kleine Oh nein, das ist aber nur ein Schafroner Ah, schnell runter Oh Gott Hast du was zu essen, hast du was zu essen, hast du was zu essen Ja, ja, ja Oh mein Gott Oh Gott, ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts So Hier, 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 hier Äh Da ist nur ein Brot Gott Da ist einfach nur ein Spindborn, da ist das Aber warum verrücken die die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht Lass den, lass den abbauen Ich bin voll Ja, gut Pack du die Spitzhacke aus zum abbauen und ich, äh, töte die Okay Beziehungsweise Okay Warte, lass hier hochbauen Hier sind sie wenigstens nicht Oh, hier ist so einer drin gewesen, oder? Nee, ist da war Nee, ist da war Das ist das Eisen auf dem Ja Das ist das Eisen auf dem Bohr Oh Gott, nein, nein, nein Ein Eisen auf dem Bohr Hast du noch ein Brot übrig? Hier ist der Spinsborner Hast du noch ein Brot übrig? Hier ist der Spinsborner Hast du noch ein Brot übrig? Nein, hab ich nicht, aber ich hab Rottenflash übrig Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich nicht Du musst auch schon das Zeug aufheben, was ich dir hinwerfe Achso, was hast du denn hingeworfen? Hinter dir Hä, weißt du, was war denn das? Warte ein Flash, warte, ich geh vor Ah, das geht gleich von rechts Oh Gott Stirb doch, Mistviecher Oh, diese Scheißviecher Oh man, auf den Servern ist das so elendig mit den Mobs Creeper eliminiert Man, man, die sind Legs, es regt mich so auf Da ist noch ein Creeper, ja, sicher Noch einer Oh, schnell abbauen Oh man, scheiße Das sind die Dinger, die Baby-Dinger So Ach, irgendwo ist noch hier bestimmt eine Kiste Aber was ist da hinten noch? Na doch Weißt du noch zurück? Was? Weißt du noch zurück? Ja, ja Wir sind ja nicht weit Toll, hier ist absolut nothing Normalerweise ist bei jedem Spawner früher eine Kiste gewesen Nicht nur bei den Spawnern, die in so einem Raum sind Sondern auch bei den Spinn-Spawnern war früher bei 1, 2, 5 immer eine Kiste Ach so, nach zweiten Da ist noch so eine Dreckspinne Ah, ah, oh Gott Hier ist noch so ein Kack-Spinn-Spawner Ach du Scheiße Jo, ich komme Das ist ein Scheiß-Skelett und ich komme da nicht dran vorbei Warum bist du lange? Ich bin... Warte Ich mache das Wasser hier zu, dann kannst du reinkommen Hier Ach da Boah Wollte ich auch gerade machen Da Da vorne ist noch richtig viel Eisen Ach Gott Diese Drecksviecher Nee, sonst kommen die Creeper nicht her Ah, hab ihn Ist hier wenigstens eine Kiste mit wertvollen Sachen Was ist denn das hier für eine Kacke mit dem Wasser? Oh Gott, das ist doch nicht wahr Ja Hallo Geh doch mal weg Scheiß Zeug Na endlich Wieder keine Kiste, das ist doch eine Verarsche, oder? Oh man, 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 man Ernsthaft? Ja, nee, wieder nix Ach, das ist... Gott Überall ist... Überall was da drüber? Ja komm, wir gehen wieder ein Stück runter, dann finden wir vielleicht wenigstens... Haben wir denn da oben Lava? ...Diamanten Okay Hier geht's auch noch hoch Gehen wir einfach wieder zurück Ach du... Wo bist du? Äh, Spinnen töten Ah Ah Spinnen direkt über meinem Kopf, das ist nicht schön Boah, hier ist auch nix Da finden wir schon hier so episch Ne Mine Und dann ist da nix Ist doch zum Heulen Oh, das macht gar kein Fun hier Hier ist ja kaum einer da Jeder sucht jeden hier Und wir suchen hauptsächlich Diamanten Oh ja Aber ich hab auch schon richtig viel Leisen Hier ist nix los, ey Diamantentechnisch Wie viel Fackeln hast du noch? Drei Hier ist gar nichts Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Von oben, vom Stein Ach so, hä, wie kam das denn? Das ist auch seit, äh Seit 1-3 ist das so Ah, das war doof Hungerst du jetzt? Was schätzt ich? Na, nein Ich hab ein Spinnenauge gegessen Ich hab das wär wie Rottenflash DIAMANTEN! Was? Wo? Der Creeper hat Diamanten freigesprengt anscheinend Oh, ja Geil Ein Drei Drei Vier Fünf Fünf? Was war das? Wer? Machst du das? Hast du dich grad beim Reden angehört wie ein Gast oder täusche ich mich da? Was? Die Jungen, die haben ja einen Gast Ja, so Hat's gemacht Hat sich angehört wie ein Gast Nein Ja, keine Ahnung Ich wollt grad echt sagen, so Wir sind doch nicht im Netter Da sind noch mehr Diamanten Da sind noch mehr Diamanten Ehrlich jetzt? Ohne Scheiß Ohne Flax jetzt Oh yeah Das ist gut Soll ich mich vorbereiten? Warte ich Ich krieg's schon hin Okay, okay Ich bin zwar handwerklich unbe... Halbiges Intuition ...Dدة Seh ich Das macht mir aber gar nichts aus. Was? Nur deine Nerven, ne?